Der Peter schaut sich heute den Weinherbst Niederösterreich an, den er hier im Weinviertel mit all seinen Sinnen erleben wird. Er schaut den Winzern bei ihrer Arbeit zu. Er riecht das Weinviertel im Herbst. Er schmeckt sich durch die besten Köstlichkeiten. Auf der Burgruine Falkenstein kann er die große Geschichte. Tausend. Und dabei fühlt sich der Peter so gut, dass ihm gar nichts einfällt, womit er das würde vergleichen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017